Großformatig, schrill, farbenreich, stürzt die Neuerungswut das tolle Hinwegspringen über den tiefenseelischen Gehalt des Lebens in der Kunst einem entgegen. Uwe Fehrmanns auffälligen Leinwände, die die Geschichte über sein deutsch-deutsches Leben erzählen, fangen ein ein. Und fortwährende Augenblicksreize modernen Lebens, erdrückende Szenen, theatralisch wirkende Augenblicke in Öl und Abril erinnern an die fantastischen Realisten um Ernst Fuchs und die in der Schule. Bilder erzählen teilweise sicherlich auch aus meinem Leben oder aus Begebenheiten, die mich bewegen, die andere Menschen betreffen, die ich beobachtet habe und die ich dann zusammenfüge. Und versuche da einfach dann einen komplexen Inhalt zu schaffen. Bis zum nächsten Mal.